Was könnte jetzt nicht sein, dass sie von da kommt? Ich weiße. Hier, Rachel. Weiß er. Sieht aber krass aus. Oh, shit. Oh, man. Die Grube. Die Grube. Ach, du Schande, ey. Ach, du. Okay. Nein. Diesmal hast du dich selbst übertroffen, Schatz. Nick? Wahrscheinlich wäre sie gerissen hoch. Also, ich glaube, sie wäre so oder so hier unten gelandet. Nee, ich glaube, sie wäre tot. Der ist nicht durchgeschnitten. Scheiße. Aber die wäre ja mit tot. Nee, wir haben nur bei dieser einen Sequenz, hatten wir ja mal was gesehen gehabt, wo sie ja runterfällt. Und ich bin der Meinung gewesen, dass da noch von oben noch jemand hinten dran hing, an dem anderen Seil, also als Gegengewicht. So, und sie ist halt da dann aufgespießt worden und der andere hat wahrscheinlich dann irgendwie überliebt oder so. Und dadurch, dass du sie dann eben halt einfach abgeschnitten hast, glaube ich, hast du ihr das Leben gerettet. Was ist das? Wollen wir mal gucken? Hallo? Oh, ii! Okay, wir gehen erstmal gucken, was da hinten so schön geht. Was haben wir hier? Das ist so eine Kreditkarte. Wat? Adi, sans fort, teres, karte de no, wat, om, nilp, mir, maria. Also noch was weiß. Es gibt schon, das ist, äh, operations. Und, okay. Von mir. Oh, und was macht er 100 Meter Freistil vor uns? Schnell da, 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 da. Aber wir, wir gehen extra rechts dran vorbei. Wir versuchen, Sneaky-mäßig, jetzt wird nur... Bist du klug, ey? Bist du, oh Gott. Oh Gott. Oh, ein Helm, komm, setz auf. Ui, war so was schon? Oh, naja. Okay, vielleicht auch nicht. Hilfst so bedingt. Aber besser als nichts. Stimmt auch, ja. Was ist die Frage? Weil ich jetzt hier lang gehe, ich ziehe auch noch was auf. Ich glaube, das haut einfach vor dir ab. Ja, ja. Also, es wäre schon ein krasser Abfuck irgendwie, wenn du dich jetzt irgendwie so zackt pumpierst. Der geht jetzt mal da an. Wie ist die Frage? Oh Gott, das muss so stinkt noch unten, ey. Hier ist auch nichts mehr da. Wo steht hier noch? Wann, wann, ich mach mal kurz nach rechts. Hier vorne. Äh, was? Wartet an, nach rechts. Ja, ja. Da, hier noch unter dir. Da, eben kannst du da ran gehen. Ah, jemals, ja. Ja, ja. Ah, da haben wir wieder was. Unleserlich. Unleserlich. Äh, ja, äh, 13. Du, hallo. 13. Dezember. Unleserlich. Und ich, äh, und ich begaben uns unleserlich nach unten. Bei unserem Aufbruch überraschte mich unleserlich Temperament. Sie wirkte besessen, fast manisch, angesichts unserer neuen Entdeckung. Als wir den Boden erreichten, konnten, konnten, konnte Crow nicht unleserlich vor uns in einem schwindelerregenden Gewölbe lag eine unleserlich abscheulich. Kolossal, schlafend, ein riesiges Gebilde, gebaut in unleserlich. Der Augenblick überwältigte mich und unleserlich. Ja, wenn man's mal so eh mal gelesen hat, war, dann ist es eingängig. Hat da noch was? Nee. Okay, dann gehen wir mal hier unserem Yuseem Bolt hinterher. Yuseem Bolt war ein Läufer. Äh, denn Philipp Tauz. Oh! Wie? Was? Wie? Wie? Mach den Feuer zurück an! Mach den Feuer zurück an! Letztes anmachen. Ist es angemacht? Ja. Noch. Noch. Ach, du Schande, ey. Okay, wir gehen weiter. Ich wollte eigentlich hier mal gucken, weil... Ist das hier so ein Durchgang? Oder ist das einfach nur so ein... So ein Kuschli, das ist halt so eine Grottennische. Oh, hier können wir nicht drunter, ne? Nee, okay. Ja, hätte gesagt, wir können so drunter durchtauchen. Boah, sieht das fies aus. Oh Gott. Ah, da hinten haben wir noch was Schönes. Oh, 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 Mann! Achtung! Ach, so... Oh, so billiger Effekt, ey. Scheiße, ey. Gott. Hier, hier geht's wahrscheinlich weiter. Na genau, durchgehen. Will ich aber noch nicht. Nee, mal zurück ruhig anheißen. Ich würde hier nochmal kurz gucken. Aber hier gibt's nichts. Na gut, dann gehen wir einfach mal einen Step weiter. Hier noch ab. Hier noch Blutwurst für heute. Oh Gott, ich dachte, die... Okay. So ein Chili klopft. Ja. Denk mal! Hallo, ist jemand zu Hause? Kennst du den Film, äh, Descent? Abgrund des Grauenzons? Nee, hattest du mich, glaub ich, schon mal gesehen? Glaub nicht, nee. Alman, sehr stark, Alman. Da war doch auch irgendwas mit einer Höhle, hattest du ja, glaub ich, erzählt gehabt, ne? Äh, wie viele Mädels klettern in so eine Höhle, ne? Guter Film. Solltet ihr euch mal geben. Will ja jetzt gar nicht so viel Spoiler. Okay. Solltet ihr euch mal geben, wie viele Tote da sind, ey? Wie viele Skelette. Und wie viel, also, damit überhaupt so eine Menge Blut da entstehen kann. Oh Gott. Oh Gott. Das muss so ekelhaft sein. Der ist auch riesig. Wollen wir hier kurz rein? Nee, können wir nicht. Okay, gehen wir weiter. Oh, das ist ein Unterschenkel, ey. Als Fackel ist das makarver. Also trotzdem, was ist das hier für, für ein Licht hat sich noch recht, weil es um Schimmerte suchen. Okay, was haben wir hier noch? Zeichen. Hm, okay. Speichel. Ähm, Speichel. Wir haben den schwarzen Speichel vom Schlund der Kreatur aus dem Kokon gesammelt und in Fläschchen gefüllt. Ich und andere, die an der Substanz rochen, litten danach unter Herzklopfen und Angstzuständen. Manche berichteten von einigen eigenartigen Veränderungen der visuellen Wahrnehmung, wie zum Beispiel andere Farben. Wir haben in der Grab, äh, wir haben in der Graben, ne Güte, wir haben in der Grabungsstätte, wo M-Punkt angegriffen wurde, weitere Speicherproben gesichtet. Der Geruch war so überwältigend, dass wir sie nur mit Atemschutzgeräten sammeln konnten. Wir empfehlen, während der Arbeit mit den Proben Allzeit Atemschutzmasken zu tragen, um nicht beeinträchtigt zu werden. Eine Wirkung ähnlich der von Pilzen? Psylokubin? Okay. Ist das ein Stoff oder was? Also Psylokubin? Wahrscheinlich ja irgendwie. Pilsporn oder irgendetwas. Nö. War ja auch schon mal bei Resident Evil Village Thema. Ah, ist richtig? Die es noch nicht gesehen haben, plopp! Gebt's euch! Nach dem Video! Was? Was? Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Äh, ich kann gar nicht so schnell laufen, wie ich wollen würde. Bitte, lauf doch schneller. Weg, 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 weg! Weg, weg! Ich versuch zu rennen, ne? Alter, lauf, Schlampe, lauf! Ich komm nicht weg von dir. Scheiße, nein! Töne ich mal um. Töne ich mal um! Huuuuh! Huuuuh! Alter, ist unmittelbar hinter uns. Aber die ist auch vollkommen tiefenentspannt hier. Die läuft. Naja, aber wie schnell kannst du dich halt auch so durch so'n Wasser bewegen? Wasser? In Anführungszeichen bewegen. Nö? Ach so, überleg mal. Kann sein, du kannst ja nur schwimmen. Ja, jetzt ist die große Frage. Wat machst du jetzt? Alter. Die sind viel, ey. Alles super schön. Semper. Schau. Das ist aber Zeit, wenn du da bremsst. Oh, sie lebt noch? Ja, sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Du glaubst, ich mach das freiwillig? Dass ich hier sein will? Ich kämpfe damit, mein Sohn zur Uni gehen kann. Damit er eine bessere Zukunft hat. Die hätten wir doch alle gern. Mein Sohn. Sein Name ist Zane. Sie ist Rachel. Ganz still. Ich bin gleich zurück. Der Typ, der wir angeschossen haben, kann das sein? Ja, ja. Und er macht sich erst mal da frei. Das ist mal klar. Wenig überraschend. Ach, der war so ein vielversprechender Charakter am Anfang. So ein Mist. So ein Mist. Ja, nix mit King. Eine Leitung nach draußen. Vielleicht geht der Funk noch. Dann könnten wir Hilfe rufen. Wäre ein Versuch. Zweifelhaft. Wir wissen nicht mal, ob oben ein funktionierender Sender dranhängt. Aber die Kabel müssen ja irgendwo hinführen. Funktionieren sie noch? Anscheinend sind sie nur verheddert. Ach, der ist nicht mehr... ... dasselbe. Oh mein Gott. Hallo sind jetzt acht. Das könnte ein Problem werden. Warum lebt sie denn noch? Wir müssen weiter. Hier ist es nicht sicher. Ich bin auch dafür, weil ich bin ja Rachel, ne? Ich bin übrigens auch dafür, dass du die andere Kollegin... Oh, dann wird sie aber suizidal veranlagt, sagt ihr. Also, das ist die über das, ne? Ach, die soll nicht reden. Also, ey, seht's mir bitte nach, aber die hat wirklich... ... die Synchronstimme ist echt... ... also, mir tut da alles weh, wenn ihr redet. Ich möchte jetzt auch der Synchronsprecherin nicht auf die Füße treten, aber... Ich wusste gar nicht, dass du kämpfst. Ne, ich auch nicht. Was war das für ein Ding? Weiß nicht. Was auch immer, es ist nicht allein. Sie sieht doch auch schon tot aus. Wo warst du? Eins der Dinge hat mich geschnappt und hier runtergezehrt und dann liegen lassen. Fuck. Fuck ist gar kein Ausdruck dafür. Dass ich entkommen bin, war Glück. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich glaube nicht an Glück. Sei dankbar, dass ich hier war. Ich bin dankbar. Ich bin dir dankbar. Danke. Semper Fee. Wir müssen raus aus diesem Loch. Also, hier hast du dich versteckt? Diese Talsband, Alter. Hast du eine Waffe? Äh, was machst du? Ich brauche bloß Batterien für die Lampe. Du könntest auch fragen. Schon mal dran gedacht? Tut sicher weh. Ja. Stimmt auch. Tut es. Kannst du stillhalten? Ich bin zurückhaltend. Danke, Carice. Die Symbole habe ich bei den Hirten gesehen. Die haben wohl schon lange in dem Tal gelebt. Schwarze Schweine. Da geht's hoch. Aber das schaffen wir nicht. Da geht's hoch. Aber das schaffen wir nicht. Winst du, dass sie schon infiziert ist? Naja, sie sieht doch schon aus wie... ...drüber. Siehst du doch. Ja, schwierig, aber nicht unnüblich. Oh, ich sehe schon die Quick-Term-Events. Ja, Ansage. Mhm. Ach, beide klettern, okay. Ich dachte, die eine ist sicher von unten oder so. Aber okay. Aber wahrscheinlich auch kein Seil mehr, kein nichts. Und? Kralle. Eine Seite. Ey, komm jetzt immer nur so eine Horde Untoter. Bitte nicht. Ich würde sagen, die hat irgendwie eine harte Wunde. Vielleicht doch. So siehst übel aus. Wow, danke, Rachel. Schon mal darüber nachgedacht, Motivationstrainerin zu werden? Aber im Ernst, geht's dir gut? Das ist so ziemlich die Wunde. Die dümmste Frage, die mir je gestellt wurde. Jetzt ignorierst du mich also, was? Ja, was... Also... Ja, was willst du von mir hören? Ganz ehrlich. Was willst du von mir hören? Weiß ich nicht. Etwas, das uns von diesem Scheiß ablenkt. Warum bist du Physikerin geworden, wenn du eine Ablenkung brauchst? Okay. Warum bist du Physikerin geworden? Ich mein, du... Ich seh nicht so aus. Ganz genau. Ah, sollte ich etwa Nerd-Klamotten tragen? Mhm. Das hab ich nicht gemeint. Du fällst nur aus dem Rahmen. Niemand hätte je gedacht, dass ich mal Wissenschaftlerin werde. Das mit diesem Halsbad, das kommt, da kommst du nicht weg, oder? Etwas nur für mich. Das triggert mich so massiv, weil das halt so... Kommt mir bekannt vor. Wirklich. So... so girly-mäßig ist irgendwie. Rrrrrr. Nicht einfacher als Queen Bitch. Was? Intim. Es gibt einen anderen. Ah, komm. Wir sind mal auf... Oh, echt, ja? Ja. Wir teilen das jetzt mit jedem. Es gibt einen anderen. Wir haben einen Mitteilungsbedürf. Du wirst nicht überrascht. Du wirst ja noch zusammen auf die Toilette gehen. Jack, stimmt's? So offensichtlich? Ha. Guck mal, und jeder wusste schon bescheiden... Weiß Eric es? Ja. Jetzt schon. Ich wollte wohl einfach loslassen. Mich neu definieren. Hey. Die Geschichte kennst du. Das ist doch eine Provokation für mich jetzt. ... Was hat dir das Ding angetagt? Bitte! Bitte! Lass mich hier unten nicht allein! Komm, ruhig. Ist schon gut. Ich bin hier. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Ja, ich bleib bei dir. Ich geh nicht weg. Ich kann dir nichts verstanden. Ich kann auch nicht Gott... Wie darfst du nur zum Verspayorsun? Robe Tzimachi? Ich bin ehrlich... Irgendwas passiert mit dir... Das hat dir das Ding angetan. Da oben ist Medizin. Vielleicht hilft sie, aber wir müssen los, jetzt! Medizin? Ich weiß keine Ahnung, wo sie Medizin gesehen hat, aber... Parazitamol da rum, meine Damen und Herren. Das ist ja Morphium-Spritzen, oder was? Wir wollen ja eine Morphium-Spritze haben ja schon, schon weggehauen. Ne, meine Hand! Aber klettern kann sie noch. Kann natürlich auch sein, oh, kann ja natürlich auch sein, dass sie absegelt, die Clarice, und je fehlt von dem Stalag. Das schaffen wir nie. Die Stürme. Aber Stalagniken. Stalagniken. Wann geht die das von unten? Wir müssen da rüber. Das sollen wir dreißen. Glaubst du wirklich, dass die Medizin mir helfen wird? Hm. Reiß dich zusammen, oder sieht nicht gut aus? Hm. Komm, wir sind mal... Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen, Clarice. Wir sind fast da. Du hast mir nicht geantwortet. Wir müssen... es versuchen. Wir schaffen das. Der Kurs ist wohl aktualisiert. Wahrscheinlich hättest du dich jetzt untergestürzt. So, ich muss... X mehrfach drücken. Ich sag das wird nicht. Hm. Stürzt sie sich jetzt selber runter? Das bin ich? Denk an die Vision. Denk an die Vision. Mehr kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber denk an die Vision. Ich helf hier. Uh, falsche Taste. Ich helf hier zurückgelassen. Aber wir helfen ja trotzdem nicht. Ich... Ich bin eine gute Girl. Ach, ich dachte, die schwingt sich jetzt nochmal rüber und holt sie oder irgendwas. Das war jetzt helfen, ja? Nee, das war das Seil rüberschmeißen quasi. Fuck, wie er zurück... Muss ich noch was sagen. Du musst zurück zum Tempel. Also, was wir doch aus jeder Zombie-Apokalypse gelernt haben, ist... Wenn die Leute, die Bissen sind... Sind sie am Arsch. Und wenn sie am Arsch sind, bist du irgendwann am Arsch. Eigentlich hätten wir weitergehen müssen. Ja, eigentlich schon. Aber vielleicht gibt's ja wirklich Gegenmittel oder so. Who knows? Ja, neun Millimeter heißen die. Oder in dem Falle... Vor allem das Herz. Du bist mal so... ...hart. Ich... 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 Also... Jeder hat gesagt, ey, ne, ihr habt nur ein bisschen Fieber. Drei Sekunden später... Ach, pfff! Ach, ach! Die will nur spielen! Mach recht, solange sie ihre Party alleine feiern. Die Kameras drinnen haben nichts gesehen. Over. Augen auf! Ja, die sind ja nun wirklich angeschissen hier, glaube ich, die Jungs. Geh um... Geh um... Geh im Umkreis auf Portfolio. Durchsuche die Ruinen. Aber hier hinten hat nur noch grad nur was, was hier muss. Oh! Steintafel! Oh! 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 Was? Aber, ne? Das ist halt auch so ne klassische Vorhersage. Wie soll man denn darauf jetzt reagieren? Irgendwie, äh... Lass zu, dass er dich an dem Hals anfasst. Ja oder nein? Nein! Also... Im, im, im Hintergrund, äh... Hat sie brandt? Dieser grünen, ja auch, aber auch der grüne Nebel war da. Das war so leicht grünlich. Was für grüner Nebel? Ja, diese, dieses was wir unten auch gesehen haben, wo wir doch mit Rachel unten lang gelaufen sind. Da hat die doch auch gesagt, guck mal was da, äh, hinten irgendwie so leuchtet. Das Licht, ja. Und das war doch auch so grünlich. Okay, okay, okay. Funde! Der Katalog 1! Endlich, der Katalog! Von Hüten! Von Hüten! So, dann mach mal, mach mal Büchlein auf. Mal gucken, was wir hier so alles finden. Oh, da ist was unleserlich. Ne, doch nicht. Da ist was unleserlich. Immer mehr Funde beziehen sich auf den Fluch von Naramsin. Diese predigt über die Beziehung zwischen Göttern und Königen, stammt aus der Ur-Dreizeit-Mesopotamiens. Naramsin ist ein akkadischer König, Enkel von Sargon, dem großen Gründer des akkadäischen Reiches. Historische Aufzeichnungen zeigen ihn als einen gläubigen Mann, der die Götter ehrt. Der Mann, von dem in den Fluchgeschichten die Rede ist, ist jedoch ein ganz anderer. Der mythologische Naramsin ähnelt der biblischen Figur des Hiob und wurde von den Göttheiten verlassen. Er ist voller Zorn auf die Götter und führt dann Krieg gegen sie. Auf solche Gotteslästerungen folgen Flüche. Der erste davon manifestierte sich als Invasion der gutäischen Bergstämme. Dem Krieg folgte eine Hungersnot, dem Naramsins folgt dem Untergang geweiht. Die Moral ist, dass der Mensch das Leid ertragen muss, egal wie undurchschaubar die Absichten der Götter sind. Naramsin hätte die Prüfungen bestehen müssen, wie mühsam sie auch waren. Als Naramsin sich gegen die Götter stellte, kämpfte er einen Kampf, den er nicht gewinnen konnte. Also ich muss mal ganz kurz hier für uns mal eine Lanze brechen. Wenn wir hier vorlesen, dann ist das tatsächlich so... Wenn wir uns angreifen, dann wahrscheinlich den Abgrund aussieht. Noch so optimistisch, Lieutenant? Ich sag's dir, der Colonel würde seinen Arsch verlieren, Peter, nicht angewachsen. Ist unser neuer Freund da unten? Das ist allein? Ne, der ist weg. Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Keine Ahnung, wie lange die Tore sie aufhalten. Ich hoffe auf das Funkgerät. Wir reparieren es, rufen Verstärkung, sorgen für Gleichgewicht. Sollte da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit reichen. Verdammt! Hätte Eric Luftunterstützung erbeten, würden die das Signal empfangen. In den Arsch gefickt vom Obermacher. Okay. Was ich sagen wollte, dadurch, dass wir hier die Texte vorlesen irgendwie, es ist wirklich tatsächlich so, bevor dieser Text auf diesem Bildschirm erscheint, denkst du dir unterbewusst, okay, dir schauen jetzt tausende von Leuten zu, es sind wahrscheinlich exakt zwei, aber du denkst, okay, jetzt musst du diesen Text perfekt lesen und dann hört sich das so an, als hätten wir uns einen Kopf gestoßen dabei irgendwie. Okay, man muss wirklich sagen, wir können lesen. Es hört sich nur nicht so an, es tut uns leid. Es ist wirklich die Aufregung, es ist wirklich. Ja. Wirklich. Das ist bei mir auf jeden Fall, vor allem auch bei manchen. Das ist bei mir genauso. Ich will ja nicht wissen, wie viele Wörter ich immer falsch lese, aber auch mit einer selbstverständlichen Sicherheit darüber erwischt, irgendwie da steht Turm und ich lese Stadt. Aber, na, so, was aufgehend im Sinne im Satz, aber beziehungslos durch, vielleicht wird er geben oft. Oder, oder, oder wir sagen dann einfach nichts, demnächst einfach unleserlich. Genau, oder wir blenden einfach die falschlesen Worte ein. So, dann guck mal, was du dir. Also, stellst du dir auf ein Bildschirm von der Worte ein. So, lass uns so Funkgerät reparieren. Äh, auch, auch, eigentlich ne ne interessante Geschichte irgendwie. Äh, Betty, du könntest ja rein theoretisch so ein Funkgerät reparieren. Aber rein, rein theoretisch. Rein theoretisch, ja. Ja. Wenn ich da jetzt stehen würde und da, ein Funkgerät ist kaputt, wir müssen es reparieren. Ich würde mir ein Telefon nehmen und einen Stift und dann... Auf geht's! Es ist kaputt. Es ist kaputt. Also, ich wär am Arsch. Aber, was ist das? Ist das eine Karte? Ne, ist ne Karte. Ne, ist ne Tasse. Das ist... Horns Alexander. Okay. Mauer der Erinnerung. Sagros Mountain. Und, was ist das? Dickside? Fak Dickside. Dicke Sack. Und, was? Fake Dickside. Okay. Oh, er hat dicke Sack. Schon wird... Schon wird YouTube hier sperren. Okay. Also, wir haben ne falsche Ausgrabungsstelle oder Seite und ne richtige. Ja. Ne Klabungs... Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier wirklich, weil es sieht aus, als ob so der nächste Step kommt. Ich würd nochmal kurz ein bisschen gucken gehen. Aber hier hinten, da waren wir noch nicht. Links von jetzt auch nochmal. Ach du, soll hier das Brot. Ist doch ein anderes Brot. Oh. Oh. Warte, Sid. Warte. R73. R73. Ich glaube nicht, dass Sid irgendeine Relevanz hat, aber... Das ist die Schlachtentafel. Die Schlachtentafel. Bestand genau. Gut. Hier haben wir auch noch was. Zwinges. Oh, guck mal. Noch ne Tasse. Sammeltassen. So. Okay. Krankengeschichte. Name? Mary. Sorry. Alter. Schlechten. 30. Dezember. 0,200. Temp. 38. Schwitzt. Okay, warte mal. Das sind jetzt hier einfach nur die Werte. Patienten waren nicht ansprechbar. Patientin schwitzt und zeigt Anzeichen von Gelbsucht. Nicht ansprechbar. Fiebermittel zeigen keine Wirkung. Das sind so die Auswirkungen, was wahrscheinlich jetzt auch deine Freundin da bekommen wird. Das ist quasi der Krankheitswerdergang, ne? Bis zur Transformation. Kurze Phase der Klarheit. Er sagt, sie habe Vision der Dunkelheit und könne die Farbe rot schmecken. Verliert das Bewusstsein. Ein Uhr erwacht, schreit über Monster in der Dunkelheit. Lieber steigt. Tor zunehmend gelb verfärbt. Puls immer noch schnell. Schläft. Anmerkungen. Zwei Tage seit Kontakt zu Kreaturen. Oha. Okay. Also. Zwei Tage Inkubationszeit. Oha. Okay. Was hier noch Schönes? Ach wunderbar, dass ich äh... Das ist geil, aber diese Sequenz dauert doch halt auch immer ewig, bis das hochnimmt. Mhm. Zu Händen von Hütten. Neue Freunde zum Katalogisieren. Tonkrüge. Akadisch. Viermal. Äh... Was? Knochenpfeife? Dolch? Verziehen? Sitzende, nackte Statue? Was? Wo? Sternensymbol? AJ. Tschö bitte. Mir ist was drunter gefallen. Okay. Findet ihr? Ja, war halt die nackte Statue. Das hatte ich einfach so ein bisschen... Oh, was hat nackte... Ah! Äh... Ne. Ich dachte, das ist jetzt der... Wo... Quasi... Aber... Ach so, Damen. Schön, Stammelter Satz hier. Äh... 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 Lolli. 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 Ah, es hat ein Träumchen. Lolli. Lolli. Ah, Gott. . So, da oben haben wir ja noch die Funki-Funk. Äh... Blöder Scherz. Das meinst was der Papa von von mir gesagt, ich hab nicht gemerkt. ich habe gar nichts gemacht ach so gar nicht gemacht ich habe gar nichts gemacht ich habe gar nichts gemacht er sagt wirklich nichts ich dachte er sagt Nick ich habe gar nichts gemacht ich habe gar nichts gemacht ach ja der Stefan aus Elastro so wir haben noch was schönes gefunden oh das ist ja unleserlich ach da freue ich mich ja schon 29. Dezember Pullman meint, dass das Funkgerät unleserlich will uns von der Welt da draußen abschneiden Aline kämpft in unleserlich sie dafür verantwortlich ist ich persönlich hege immer noch Zweifel an unleserlich obwohl ohne Beweise alle verdichtig sind ich kann im Moment lediglich die unleserlich es ist super ok ja man kann sich die Story so ein bisschen so an den Haaren herbeiziehen irgendwie selbst durch unleserlich aber so wirklich also klar sie dient so ein bisschen zur Spielverdichtung aber wirklich Informationen wird auch nicht vermittelt also also der Rest ist unleserlich so komm lass uns das Funkgerät dabei dann schauen wir mal mal gucken was braucht er denn alles okay das Ding wurde doch sabotiert aber warum was besseres haben wir nicht wenn sich was bewegt rückzug drin ist es sicherer sind sie da sicher ist da nicht der Iraker irgendwo er ist in die Tunnel gelaufen dann ist er so gut wie tot er gehört nicht zu uns scheiß drauf na danke nicht das wieder gut hier ist da mit Funkgerät mal erstmal ein Kübchen sollten wir vielleicht nicht anmachen das Zeug bringt dich noch rum klar weil gerade nichts mein Leben so bedroht wie das Raum wo ist mein Feuerzeug hin was geht was geht es ist nichts und er weiß es er weiß es was weiß gar nicht wohin nur ein Geistersignal selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale sind nur Geister dann reparier den Sender wenn wir ein Signal herstellen und SENTCOM rufen können dann ist es nicht mehr weit bis nach Hause ich weiß nicht ich bin kein Techniker Mervyn hätte das hingekriegt ach was du hast wohl Pech gehabt hm jetzt macht er deinen Kaffeeklatsch oder was da Salim Moment Schhhh Schhhh sie hey sch Ente Gönnent. Duhl al-Dewanah. Ente mehschöftschi L'Hool? Fiii L'Hool hiernaak. Hoo, da L'Hool al-Hiii. Salim. Ente Gönnent. Esmaani. Ergook. Esmaani. Gatalo L'Amerikan. Gatalo L'Amerikan. Gatalo L'Amerikan. Gatalo L'Amerikan. Cepas Gatalo L'Amerikan. Nem, Gatalo L'Amerikan. Man, mo Inanranika Gatan- Choamos NMalsi a- Gatalo L'Amerikan. Du musst doch das ausdrehen, Alter, was los wird, komm mit einer Kiste rum. Ich brauche mehr Zeit. Warte, warte, warte. Colonel, verschanzen Sie sich im Tempel. Ich bleibe hier. Sie müssen zu den Kameras die Flanke schützen. Ich mach das. Lieutenant, ich... Ich sag dir, ich mach das. Los! Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh. 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 Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Das wird nicht. Halt. Still. Die haben doch nicht ewig Munition erhalten. Nee, ja. Was macht er aus? Geh in, Lina! Er ist los! Nein, denkt nicht einmal daran. Flanke angreifen! Nur so werden wir diesen Clown endlich los! Gebt mir Dettung! Einfach rein, nein. Seine Planke! Nicht so interessant, dass sie die ganze Zeit mit Leuchtspur-Munitionen schießen. Der war knapp. Krieg keinen guten Schuss! Was stimmt nicht mit dir? Bleib hier! Na, wen haben wir da? Ach, ja, echt, wirklich nur. Und, das war ein scheiß Headshot. Die versuchten Lappe, ich schausten. Eigentlich hätte ich es nicht gehabt, ja. Das war natürlich eine richtig hohle Nummer jetzt in die Aktion. Aufhaben. Okay. endlich. Ich chasse halfway. Ich singe Methoden,